Willst du Science Fiction? Geh einfach durch diese Tür. Ach, das willst du gar nicht. Aha, hab ich mir's doch gedacht. Schau mal hier. Möchtest du mit diesem Mikroskop Atome fotografieren? Das schaut dann so aus. Oder so. Oder willst du lieber wissen, wie man ein virtuelles, interaktives Aquarium programmiert? Mit Gestensteuerung? Wärst du gerne Trainer einer Roboterfußballmannschaft? Haben wir auch hier. Und die werden dieses Jahr sogar bei der Weltmeisterschaft in Singapur teilnehmen, beim Robocup. Als Ingenieur könntest du Robotern aber auch beibringen, Cocktails zu mixen. Oder vielleicht sogar eine ganze Bar zu automatisieren. Interessierst du dich für Chemie? Chemie? Dann komm mal mit. Das wird dich interessieren. Wir forschen hier unter anderem an Was ist denn das? Haben sie das? Aus der Mensa? Oh nee, was ist jetzt passiert? Weißt du, wie blitzbremdlich gemacht werden? Zeus! Zeus! Darf ich mal bitte? Auch mal? Und willst du an einer richtigen Campus-Uni studieren, wo es all das nebeneinander gibt? Dann komm doch zu uns. Entscheide dich für ein Ingenieurstudium an der Uni in Erlangen. Wo die Studenten sind? Ja, hier natürlich auf der Bergkirchweig. Erlangen hat nämlich neben einer saukoolen Uni noch viel, viel mehr zu bieten.